herzlich willkommen zur heutigen episode und dem thema anukan körper und sexualtherapie für die seele wir schauen uns heute an was ist körpertherapie und was ist sexualtherapie wie kann es therapeutisch eingesetzt werden und was ist auch zu beachten und natürlich vieles mehr für die beantwortung meiner fragen habe ich mir kathrin laux eingeladen sie arbeitet seit schon fast oder mehr als 24 jahren im bereich massagen und auch therapie und bietet kurse und weiterbildung in dem bereich an die episode ist wie immer in kapitel unterteilt es kann also gnadenlos umgesprungen werden dann bleibt mir nur noch eins zu sagen danke dass du zeit hast danke dass du da bist willkommen kathie ja einen wunderschönen guten morgen dagmar ich freue mich natürlich sehr dass du mich eingeladen hast und dass ich gelegenheit habe so über mein herzensthema zu sprechen ja ich hätte auch mega gefreut dass du sozusagen dir die zeit nehmen kannst also ich weiß du bist total beschäftigt ihr macht ja super viel also wenn man auf eure seite geht und das angebot sieht und die ganzen kurse die man macht da denke ich mir wow und dass du dir dafür zeit nimmst uns da einfach auch ein blick zu geben in das ganze thema und wie du auch damit gestartet bist und das schon so lange machst und wenn du schon sagst es ist ein herzensthema umso besser also danke dafür noch mal dann darfst du gleich mal loslegen und mir erzählen wie bist du überhaupt zu dem thema massagen gekommen ich glaube es ist immer nicht so was naheliegendes also war auch für mich nichts naheliegendes ja noch mal kurz zu dem vorher zeit ist immer eine frage von priorität ja wir haben ja alle die gleiche zeit ne genau insofern ist mir das wirklich sehr sehr wichtig weil wenn ich niemand damit erreichen würde dann hätte das alles gar keinen sinn und sinn ist mir sehr wichtig aber wie bin ich jetzt dazu gekommen zum thema massagen bin ich gekommen wie die jungfrau zum kind muss ich wirklich sagen ich hatte vorher damit überhaupt nichts am hut ich habe eher so im geistigen bereich gearbeitet also ich war schon heilpraktikerin für psychotherapie und habe zum teil kurse gegeben für klientenzentrierte gesprächsführung gorden familientraining und sowas aber mit körperarbeit massage hatte ich nichts zu tun ich bin ja wie war das ich habe angefangen mit dem fotoladen also so meine berufliche laufbahn die ging wirklich ziemlich durcheinander durch verschiedene schicksalsschläge im nachhinein würde ich sagen das universum hat sich ziemlich viel mühe geben müssen um mich dahin zu bringen wo ich jetzt bin und wo ich mich richtig fühle und das ging wirklich hoch und runter das würde ich jetzt mal aussparen aber letztendlich war es dann so dass ich mit dem fotoladen pleite gemacht habe weil ich als ddr-kind wirklich keine ahnung hatte von betriebswirtschaft und nach der wende ich hatte gerade fotografie studiert war ich so euphorisch wollte einen fotoladen aufmachen und mir ist gesagt worden da muss den kredit aufnehmen und so weiter und das war dann am ende war das ein fiasko und ich habe dann ja einfach überlegt was ich was kann ich noch machen so im leben habe da auch verschiedenes anderer probiert und letztendlich wollte ich dann im jahr 2000 weil das bis dahin immer auch finanziell immer schwierig war immer so am existenzminimum so rum zu gräbeln wollte ich dann habe ich so ins universum den wunsch geschickt dass ich mal so viel verdienen dass ich meinen kindern einfach mal urlaub leisten kann meine kinder und mich und tatsächlich fand ich dann also ich wollte dann wieder ins berufs ins fotografische berufsleben einsteigen aber mir nebenbei eine einen job suchen der mir einfach so das existenzminimum sichert ja dann fand ich eine annonce nette frauen zwischen 20 und 40 für erotische massagen gesucht sehr gute verdienstmöglichkeiten keine vorkenntnisse erforderlich und da habe ich mir so gedacht ja als nebenjob klingt gut ich wusste aber nicht was erotische massagen sind und dort habe ich dann angerufen und sie meinte ja sie haben doch bestimmt schon mal man einen runter geholt da war ich erst mal so ja im privaten so und dem frau meinte dann nun das machen wir jetzt für geld und sie hat mich da eingeladen das mal kennenzulernen weil ich von haus aus neugierig bin hat sie mir das so beschrieben und erzählt und ich fand das machbar und ich hatte damals ja noch weil die insolvenz noch lief einfach jede menge schulden und überhaupt kein geld und so habe ich dann gedacht ja gut das probiere ich jetzt mal und dann kann ich ja sehen was draus wird und der erste tag der 11 april 2000 hatte wie gesagt 2000 den wunsch mit dem jahreswechsel ins universum geschickt und der 11 april war mein erster arbeitstag ich hatte am abend schon geld in der hand und an diesem abend gab es bei mir ein wohnungsbrand dazu muss ich sagen dass dieser erste tag für mich wirklich sehr komisch war ich habe mich nicht gut gefühlt und habe überlegt und eigentlich war ich so nah dran zu sagen nee das mache ich nicht ich habe dann auch gemerkt dass dort auch noch mehr möglich war also das hieß in diesem massagestudium gegensatz zu sinnesart dann war auch noch verkehr möglich und ich dachte mir gott jetzt bin ich dabei an die unterwelt abzurutschen und war eigentlich drauf und dran zu sagen nee dann suche ich mir lieber einen job was weiß ich dein kellner ich oder ich mache irgendwas anderes eine basis zu haben aber dieser wohnungsbrand hat dann dazu geführt dass ich dringend geld brauchte also es war tatsächlich ziemlich dramatisch meine kinder sind aus dem fenster gesprungen stand unter zeitung und ich hatte dann letztendlich überhaupt nichts mehr weil ich auch die versicherung nicht pünktlich zahlen konnte vorher hatte ich null geld null wohnung also gar keine basis mehr ich hatte ja auch durch die insolvenz nichts keine rücklagen das heißt das war eigentlich der anlass weiter zu machen wäre das nicht gewesen wäre ich jetzt irgendwas ganz anderes aber wie gesagt das universum sorgt für uns und ich habe dann weiter machen wollen bis ich wieder land sehe und merkte aber dass nach drei wochen etwa mir das irrsinnig spaß machte also ich habe dann als so die ersten zitteranfälle vor aufregung vorbei waren habe ich dann gemerkt war das ist eigentlich was was ja ich fühlte mich da wieder fisch im wasser sich fühlte auf einmal das kann ich doch und das macht mir freude und auch die menschen da abzuholen also erst mal zu erkunden worum geht es denn eigentlich was sind das für menschen das war so spannend weil die aus den verschiedensten gesellschaftlichen schichten kamen mit den verschiedensten anliegen auch und ich hatte einfach so der talent will ich es gar nicht sagen ich glaube das war so ein altes wissen was ich da mitgebracht habe weil mittlerweile weiß ich dass ich da schon in vielen vorhergehenden leben so unterwegs war und ich habe dann dort wirklich sehr sehr viel freude bei der arbeit gefunden und die arbeit als fotografin für die ich eigentlich das als nebenjob machen wollte trat immer mehr zurück ja und dann wurde das so mein meine lieblingsbeschäftigung ich habe erst mal in verschiedenen massagestudios in dresden mitgearbeitet bis ich dann 2005 mein eigenes studio gegründet habe was einfach damit zusammenhängt dass die die umstände mir dort nicht wirklich so gefallen haben wo ich war also so die ganze die ganze atmosphäre wie mit den gästen umgegangen wurde wie die was für eine werbung geschaltet wurde das niveau war ungefähr so kann mal eine werbung oder eine annonce zitieren die hieß ob brüste groß aber klein oder klein wir machen es alle fein so was in der auf dem niveau war das da kommt wirklich der punkt wie du sagtest jetzt rutsche ich hier ab in die unterwelt also was wir gerne als unterwelt bezeichnen weil man sieht ja sozusagen wie wie eng sozusagen oder wie schmal der grad ist zwischen was häufig als prostitution bezeichnet wird oder erotische massagen und was sozusagen auch heilende massagen sind wo aber körper und kontakt auch unglaublich notwendig ist genau genau und ich finde das sehr schön wie du das erzählst so ich musste da erst mal sozusagen reinrutschen musste das kennenlernen ich fand es auch total schön wie du jetzt gesagt hast nach drei wochen habe ich so gemerkt wie ist das voll mein ding irgendwie habe ich da richtig spaß dran und es braucht dann auch seine zeit und wenn man dann sieht du hast 2000 angefangen und 2005 hast du dein eigenes studio sozusagen angefangen dann und gestartet gesagt ich möchte es aber anders machen also ich brauche irgendwie was anderes damit ist damit es also da können wir auch gleich noch einsteigen weil ich das so wichtig finde was ist denn sozusagen du hast schon schön vorhin gesagt sinn ist mir so wichtig was ist denn deine sinnhaftigkeit in deinem studio und was siehst du denn da im hintergrund und was so wichtig ist mit den klienten und mit dem umgang ja dazu muss ich noch sagen in der zeit also ich habe angefangen 2000 und habe dann gemerkt okay ich kann aber gar nicht massieren also massage dürfte ich das gar nicht nennen ich habe ja so ein bisschen rumgestreichelt irgendwie geknetet so intuitiv und ich habe dann angefangen zwischen 2000 und 2005 alles mitzunehmen an ausbildung was es was ich finden konnte was dann mit diesem sinn zu tun hat oder was ich wo meine arbeit noch mal grundsätzlich anders geworden ist das war dann nach meiner begegnung mit tantra vorher wusste ich überhaupt nicht was das ist hat das wort noch nie gehört habe also zwei jahre erst mal so erotik massagen gemacht ohne damit überhaupt in berührung gekommen zu sein und mein erstes tantra massage wochenende bei michaela riedel das war wirklich für mich so ja ein meilenstein danach tickte die welt anders dort bin ich in berührung gekommen eben mit diesem sinn und mit dem thema spiritualität mit mit dem was sexualität noch alles sein kann und das hat wirklich mein leben verändert also ich habe dann im jahr 2000 erst mal ein eigenes kleines studio aufgemacht das war nur ein raum da habe ich alleine gearbeitet und weil mir das dann irgendwann auch zu langweilig wurde also ich bin ja auch mensch der gerne denkt und gerne schreibt und sich mit so geistigen sachen beschäftigt wurde mir das die reine massagetätigkeit von früh bis abends hat immer jedes mal trotzdem noch freude gemacht aber ich habe gemerkt wie ich immer nicht unruhiger wurde weil mein kopf hatte nichts zu tun und dann habe ich angefangen eine webseite auch zum zu gestalten und musste mich beim schreiben der texte auseinandersetzen mit dem warum mache ich das was soll das eigentlich hier was ist so mein anliegen dahinter und das hat tatsächlich mit dem thema heilung zu tun weil wir das kam aber auch wieder von außen es kam alles was so mein ganzer weg kam eigentlich immer durch anstöße aus der praxis heraus und die anstöße waren dass wir vor allem dann bei sinnesart da ist das am anfang war das nur so eine ahnung oder ja schön so ne aber bei sinnesart haben wir das dann begonnen zu erforschen und zwar wenn uns gäste zurück gemeldet haben was bei ihnen alles passiert ist und das war wirklich phänomenal also da kann ich mal so zwei drei beispiele ein mann der kam zu einer tantra massage und hat hinterher völlig fassungslos möchte ich fast sagen erzählt dass er jetzt seine medikamente nicht mehr braucht die er hatte gegen depressionen also er hat die massage bekommen und hat war hat es tavo ich weiß nicht das kennt vielleicht der ein oder andere war davon im grunde abhängig weil mal seine frau gestorben war er war alleine mit den kindern und er hat dann also immer regelmäßig abends zum einschlafen so eine terror genommen und nach dieser massage hat er das vergessen weil das so beeindruckend war und dann hat er nächsten morgen gedacht war ich habe doch wunderbar geschlafen ohne tablette hat das weitergeführt hat gemerkt er braucht das gar nicht mehr und ist dann alle ein zwei monate mal zu einer massage gekommen hat das hat sich das stabilisiert also er ist dann diese tavo sucht losgeworden großartig schon nach der ersten massage und manche haben wirklich depressionen verloren eine frau kam sehr übergewichtig hat 30 kilo dann abgenommen im laufe der zeit ist aufgeblüht hatte farbenfrohere kleidung an so ne oder auch wir merken dass auch wenn menschen mit spasmen zum beispiel kommen dass sie während der massage dann viel viel beweglicher werden dann lösen sich die spasmen so wo ich so denke rein körperlich müssten die gar nicht sein vielleicht oder nicht in dem maße so ne und da gibt es so viele beispiele oder gerade so was dann das thema intim massagen noch bewirken kann da war auch eine frau die hatte phantomschmerzen im intimbereich weil sie nach der geburt weil dieser dammriss falsch zusammengenäht wurde da hatte sie praktisch jahrelang schmerzen und bis das dann mal beim bei einem nächsten bei einer nächsten geburt wieder korrigiert wurde trotzdem blieben die schmerzen und durch die massage ist sie dann so an die themen ran gekommen die dort mit gespeichert waren dass also auch jahrelang sex zu haben der immer schmerzhaft war dadurch und sowas das konnte sie alles loslassen und das gute ist halt naja da komme ich vielleicht später noch dazu was der vorteil ist gerade bei den intim massagen worin so dass die heilung eigentlich bestehen kann vielleicht noch ein extra thema weil ich das würde ich noch mal lassen gerne total gut weil das ist auch schon ein schönes beispiel und da merkt man schon wie wichtig körpertherapie ist aber auch sexualtherapie und dass das beides kaum voneinander trennbar ist und dass wir so viele informationen du hast es schon so schön gesagt im körper abspeichern und manchmal haben wir vielleicht kognitiv gar keinen zugang mehr dazu also wir können gar nicht erklären warum habe ich da jetzt gerade schmerzen und wenn man zum beispiel eine geburt hat und man weiß gar nicht das ist falsch zusammengenäht kann man sich das vielleicht auch nicht erklären und das finde ich total spannend dass ihr wie kleine detektive im endeffekt wenn ihr die körperarbeit betreibt am körper sozusagen schon vorgeht und merkt oder ist was also ihr als therapeuten merkt ja auch wo ist denn sozusagen eine verhärtung vielleicht in dem muskel oder irgendwas was ihr dann auch lösen könnt und wo vielleicht auch emotionen hochkommen bei klienten wenn ihr das sozusagen ausmassiert ja wenn du von detektiv arbeit sprichst dann klingt das so als muss man so viel wissen dazu und das schöne ist ich kann es ja da kann können wir auch gleich auf das thema kommen das wunderbare ist bei dieser körperarbeit gerade so bei wenn es um sexualität geht dass wir mit den massagen wieder an diese themen rankommen also vielleicht auch so zur erklärung wer das jetzt nicht weiß von den zuschauern nach wilhelm reich bleiben emotionen die nicht verarbeitet werden im körper gespeichert das sowohl im muskelgewebe als auch im gewebe des intim bereichs zum beispiel und das können dramatische erlebnisse sein das kann aber auch so kleine immer wieder kleine emotionen sein die nicht verarbeitet sind zum beispiel gehänselt werden oder so kleine sticheleien oder so dauerspannungen also emotionale dauerspannungen in einer nicht freundlichen umgebung zum beispiel oder in einer belastenden familiensituation oder sowas muss jetzt nicht so riesen dramatisch sein manche halten es vielleicht auch ganz für ganz normal aber das bleibt halt im körper gespeichert und was ich gelernt habe was ich vorher auch nicht wusste vorher so aus der therapeutischen sicht dachte ich immer ja man muss das noch mal noch mal sich erinnern an das was was vielleicht zu dieser zu diesem trauma geführt hat und das ist eben in der körperarbeit das wunderbare dass der körper sich selbst erinnert und das muss nicht über den verstand gehen das ist so die erfahrung die wir gemacht haben also wenn frauen zum beispiel bei einer joni massage also joni ist der begriff für das weibliche genital das nehmen wir gerne auch joni und lingam halt weil das so noch so unbelastet ist alles andere klingt irgendwie medizinisch oder da gibt es auch nicht mal einen umfassenden begriff weil scheide vaginal wohlwort das ist alles nicht das ist alles einzelteile und joni ist halt die gesamtheit des weiblichen intimbereichs und bei seiner joni massage kommen wir an stellen wo diese informationen gespeichert sein können die fühlen sich dann irgendwie anders an wie kleine knötchen oder heißer oder was auch immer ist auch wie gesagt im intimbereich des mannes auch vorhanden aber dadurch dass die joni so ein aufnehmen des organes speichern wir einfach sehr viel und wir um zurückzukommen wir brauchen also nicht zu wissen was war jetzt das trauma was hat dazu den körper gebracht was anzuspeichern blockaden zu bilden sondern man kann das lösen das war für mich auch die entdeckung in der tantra massage ausbildung das lässt sich lösen das geht und ist dann dauerhaft auch verschwunden und dann fühlen wir uns viel freier und müssen nicht noch mal durch also wir müssen die emotionen fühlen das ist ganz ganz wichtig und das ist auch das war was wir so anbieten an heilarbeit dass also gerade bei frauen bei der joni massage fast immer emotionen kommen das kommt auf die ausrichtung an mit der man zu so einer massage geht und das bucht aber prinzipiell muss man halt detektiv gar nicht unbedingt sein sondern so im sinne man muss ein raum geben dafür dass ich da was zeigen kann und wir müssen nicht noch mal dass alles kognitiv verarbeiten das macht der körper halten das ist die weisheit des körpers wenn wir den einfach lassen und dem gelegenheit geben zu entspannen und einfach zu sein wertgeschätzt zu werden dann entwickelt der körper so eine weisheit dass der dann auch wieder alleine alles gerade richten kann ja das ist so meine erfahrung ja und es ist es vor allem auch so schön und dass man sich auch ich sag mal dass man sich so die erlaubnis geben kann dass man wirklich weiß da ist irgendwas und jemand anders nimmt sich ja dann auch die zeit für mich und sagen führt diese massage an mir durch und das bringt mich gleich zu dem thema was glaubst du denn was so diese tabus sind aber auch was diese angst themen sind warum menschen sich das nicht gönnen und sagen ich kann doch nicht zu einer tantra massage gehen oder zu einer zu einer erotischen massage das das geht doch gar nicht was sind da deine erfahrungswerte jede menge eigentlich naja zum beispiel dass die meinung nach wie vor besteht dass sexualität was ist was man weder lernen müsse noch öffentlich sein darf oder was man nicht mit dritten durchführen darf wobei das ja auch noch mal was anderes ist also auch lust bei der massage zu empfinden ist noch mal was anderes als in der beziehung das zu leben das sind wirklich zwei verschiedene sachen ja da gibt es schon eine menge erinnerungsgründe also ich glaube es sind einfach gesellschaftliche restriktionen oder ja dass das ganze das ganze thema sexualität ist einfach so mit mit trotzdem tabus und scham belegt obwohl man das auf den ersten blick gar nicht so erkennt weil alle welt nutzt sexualität für werbung und für was weiß ich also man kommt auch hier leicht an informationen ran aber informationen sind immer was für den kopf und das wirkliche berührt sein was mit dem herzen auch zu tun hat das geht halt nur über die erfahrung und vielleicht jetzt nicht so ganz die antwort aber ich glaube dass ich finde es schade dass menschen einfach so sechs machen ohne sich damit groß zu beschäftigen weil für alles andere braucht man ja irgendeine erlaubnis und brauchst einen führerschein für gabelstapler und dies und das und für alles mögliche muss man nachweisen dass man da ahnung hat davon und für die wichtigsten sachen der welt überhaupt die kindererziehung und auch sexualität partnerschaft da meinen alle das geht einfach so vonstatten und ich glaube es gibt so viel wissen dazu also wir merken dass ja immer in den kursen auch im anukan zentrum dass so viel wissen noch nicht bekannt ist obwohl es eigentlich ist internet voll ist damit aber das ich glaube es fehlt noch so das bewusstsein ich muss mir eigentlich erst mal eine ganze menge oder ich darf mir das wissen aneignen um ein guter liebhaber zu werden und was so über über in der gesellschaft so vorherrscht ist ja das macht man einfach mal das wird schon gehen das macht der körper schon irgendwie wenn genug lust da ist und wenn die partner sich lieben dann wird das schon dann geht das so von selber so und eigentlich braucht erst mal eine initiation eine ausbildung also initiation einfach dazu um referenzerfahrungen zu machen auch in bestimmte räume zu kommen das war ja ganz ganz früher also damit meine ich wirklich vielleicht vor hunderten hunderten oder tausenden von jahren gab es meines erachtens wenn ich das so richtig recherchiert habe gab es tatsächlich möglichkeiten initiiert zu werden und zu wissen wie sich wirklich lust und sex anfühlen sollte sowohl als man als auch als frau da gibt es auch ein paar schöne bücher wo man das noch so ahnen kann was eigentlich ja wie menschen vorbereitet wurden auf ihr erstes mal oder auf sexualität oder begegnungen und wenn sie einmal die erfahrung gemacht haben wie sich das eigentlich anfühlen könnte und sollte wenn man auch den aspekt energie mit rein nimmt wenn man die ganzen energetischen phänomene mit rein was im körper so noch passieren kann wenn sexualität auf eine bestimmte weise mit praktiziert wird dann wussten diese menschen die diese initiation bekommen haben einfach wie sich das anfühlen sollte auch in der beziehung und haben es unter dem nicht mehr gemacht und das finde ich halt auch das schöne an der initiation dass man sagt moment mal da geht doch noch was so und das ist auch so wertvoll für beziehungen weil wenn der bereich sexualität stimmt und man kann damit und ist und beide sind wirklich abgrundtief befriedigt damit und haben dort ihr alle ihre bedürfnisse erfüllt der dann will man eigentlich niemand anders zu meiner erfahrung wenn es wenn es mit dem man wirklich so richtig richtig erfüllend war wollte ich nicht mit jemand anders obwohl ich immer so auf meine freiheit gepocht habe in beziehungen aber da hatte ich gar nicht das bedürfnis und ich glaube dass das bei männern wenn die wirklich wissen was es heißt diesen diesen gemeinsamen wesen beziehungen zu dienen dann ja wenn eine frau an die ausgeglichen ist liebevoll sexy in ihrer kraft ist dann warum sollen sie dann zu einer anderen gehen so ne man stimmt sich ja auch dann also wenn man auch beide dazu bereit sind weiterhin zu lernen also nicht zu sagen naja wir haben jetzt alles erforscht wir wissen jetzt alles sondern da gibt es ja immer mehr aber man muss erst mal auf die reise gehen dass man überhaupt willig ist etwas zu lernen und nicht zu denken ich bin doch schon ich sage jetzt mal ganz plakativ ich bin doch schon gut im bett ich muss nichts mehr lernen nein sondern da gibt es halt eben schöne sachen die man immer noch dazu machen kann du hast es ja auch selber schon gesagt man kann ja workshops und so buchen und kann sich da im endeffekt wirklich immer weiterbilden und das ist schon wichtig wie ist das denn also wenn du das jetzt siehst auch mit mit deiner ausbildung und dem was du anbietest an körper und sexualtherapie was sind denn so die wichtigsten dinge die vielleicht auch deine deine kunden lernen also wo du auch merkst und das ist das ist wie so ein so ein basis fundament was wir erstellen müssen damit es dann zukünftig besser weiter läuft ja vielleicht muss ich noch mal vorher erklären dass ich gar nicht so die sexualtherapeutin bin und auch keine einzeltermine zum beispiel mache ich verstehe mich mehr als unternehmerin und organisiere stelle die räume bereit und bringe das auf den weg wir haben ja drei ausbildungen die in die richtung gehen die am ende zu einer körper sexualtherapie ausbildung führen und ich komme noch auf deine frage zurück aber wir sind noch quasi noch ganz am anfang also ich würde gerne mal da noch den bogen spannen das noch mal erklären wie das zustande kam wir haben also gemerkt in unserem massage studio dass wir heilende wirkungen zu verzeichnen hatten also dass gäste zwar nicht kamen und gesagt haben ich muss jetzt mal was tun ich will mal was verändern oder was auch immer die kamen halt so wie man zu einer wellnessbehandlung kam ich will mir mal was gutes tun oder ja das wussten die glaube ich selber nicht so richtig warum die hatten das gehört von freunden ja geh mal zu einer tantra oder erotikmassage das ist gut und tut ja gut oder sind selber drauf gekommen weil sie irgendwas in sich gespürt haben aber keiner kam weil heilung wollte das kann ich auch nachvollziehen also es ist ja auch schön wenn sie sozusagen erst mal anfangen zu sagen ich gönne mir was das ist der beste einstieg mit dem man glaube ich losgehen kann genau und der effekt war dann so als wären sie bei einer therapie sitzung gewesen beim nächsten mal haben wir dann gehört meine güte ich sehe jetzt vieles anders und bei mir beginnt sich was zu verändern und so das war die eine seite also die erotischen und tantrischen massagen haben quasi nebenbei zur heilung geführt wir haben ja mal gesagt wir haben unsere heilungspartisanen im einsatz die also daheimlich heilen und die andere seite die kam durch unseren dr frank pietzger der als sexualtherapeut auch an grenzen kam aber eben von der ganz anderen seite er hat den leuten immer irgendwas erklärt die haben im gespräch dann auch gemeint ja habe ich verstanden geht klar und im tun hat es dann wieder nicht geklappt und er hat dann ausschau gehalten oder hat sich gemeint er hat dann gemeint für sich es bräuchte eigentlich eine stelle irgendwo einen raum wo denen das mal gezeigt werden kann den menschen wie das geht oder wo die die erfahrung machen können was ist wenn ich mal ganz still werde mich auf mich besinne probiere meine wünsche zu äußern daran haben ja viele schwierigkeiten auch eigentlich dass ja oft ohne kommunikationsproblem wenn es nicht im bett mehr so gut geht oder fast eigentlich immer und er darf ja als sexualtherapeut nicht die menschen anfassen oder irgendwas machen oder zeigen und so hat er sich umgeschaut und wir sind quasi von zwei entgegengesetzten seiten aufeinander zugekommen da frank kam dann mal quasi inkognito zu uns und hat mal ein seminar besucht wollte wissen wer sind wir denn was machen wir denn und hat dann und dann haben wir erst mal so eine lose zusammenarbeit begonnen die darin bestand dass also der frank dann ein paar masseurinnen die er dann auch noch mal so schnell im schnelldurchgang geschult hat empfohlen hat für seine klienten die dann wiederum davon profitiert haben und die masseurinnen haben davon profitiert ein bisschen einblick zu haben was macht ein sexualtherapeut und wie kann man also menschen die jetzt schon ein anliegen wie auch immer durch die blume oder direkt formulieren wie kann man die unterstützen da näher hin zu gehen sich selber weiter zu erforschen den weg der erkennnis entdeckung und veränderung zu gehen ja und daraus haben wir dann also diese zusammenarbeit haben wir intensiviert indem wir zuerst mal die anukan massage entwickelt haben also das gab es schon vorher und mit dem frank pizza ist sie dann noch mal hat die noch mal eine größere tiefe bekommen indem wir auch in die ausbildung themen der sexualtherapie mit hineingenommen haben und uns wurde dann schnell klar dass diese kombination von sexualtherapie und körper also sinnlicher sexueller körperarbeit dass das sehr intensiv zur heilung führen kann und es gibt ja dafür überhaupt keine also das ist keine forschungsgelder keine möglichkeiten das irgendwie zu fördern wir mussten es also selber machen wir mussten selber forschen wir haben dann auch immer wieder uns feedback eingeholt fragebögen erarbeitet wir haben auch messungen gemacht sogar wir haben versucht herzraten variabilitäts messung mit auszuwerten die wir bei diesen massagen gemacht haben das also wir haben einfach versucht da eine wie soll ich sagen eine fundierte therapie form daraus zu entwickeln das ist uns auch gelungen wie ich meine weil die klienten die wir bisher haben da hat sich schon viel getan das problem oder das einzige problem ist dass das selbst bezahlt werden muss und dass da die kasse überhaupt nichts beisteuert so dass sich das eben nicht jeder leisten kann aber es wäre für die krankenkasse so ein gewinnen aber das ist ja nicht das ziel der pharmaindustrie da heilung zu forcieren überhaupt heilung da geht es eher darum gewinn zu machen mit der krankheit und was wir anbieten ist wirklich ein ziemlich intensiver heilungsweg mit der körper sexualtherapie und die um das noch mal abzuschließen die besteht aus drei teilen die jeweils ein jahr etwa gehen drei ausbildungs wegen also einmal die anukan massage das anukan massage jahrestraining wo wir die körperarbeit vertiefen dann gibt es bei uns noch eine berater sexual berater ausbildung und beides zusammen mündet in der ausbildung zur körper sexualtherapie das ist quasi unsere neue erfindung und jetzt noch mal bitte deine frage damit hast du das im endeffekt schon beantwortet so was sind so deine fundamente die du setzt wo du sagst wo habt ihr gemerkt was braucht der mensch und das ist halt eben wirklich ich fand das gerade sehr schön erklärt dass das nein wir haben eigentlich angefangen von beiden richtungen wir sind einmal von dem körperseite gekommen und einmal von der sexualtherapie und wir haben beide als anwender gemerkt das reicht nicht aus wir müssen im endeffekt zusammenkommen um um dann wirklich heilung und therapie wirklich fruchtbar zu machen sage ich jetzt mal so ja und ich finde es total schön dass ihr euch da gefunden habt und dass ihr das sozusagen dann auch anfangen konntet und auch leider gemerkt habt ja da gibt es keine forschungsgelder da gibt es auch keine fördergelder wir müssen das dann wenn selbst machen und auch da wieder diesen diesen grenzbereich gemerkt habt dass da die kassen nicht dazu kommen ich sage auch immer man muss sich das wort nur angucken es ist eine krankenkasse es ist keine gesundheitskasse und da merkt man in der sprache schon worauf wird fokus gesetzt und ich finde es trotzdem total schön dass ihr diesen weg weiter geht also du hast 2000 angefangen jetzt haben wir 2023 und wie enorm du dich entwickelt hast und wen du da sozusagen auch noch ins boot geholt hast um das alles auch umzusetzen für die klienten die das vielleicht gar nicht merken wie viel arbeit ihr im hintergrund macht aber die dann sozusagen alles bereitstellen können weil sozusagen die leute mit denen du arbeitest die haben ja auch alle ausbildungen die setzen sich ja auch mit themen auseinander und bringen das dann immer wieder rein in jede maske genau das ist überhaupt der größte schatz von unserem seminar zentrum und auch dem institut also das institut fördert diese körper sexualtherapie forscht dort auch nur dort sind auch die messungen angesiedelt und die arbeit im hintergrund und das anukan seminar zentrum ist eher ein zentrum für interessierte menschen aus der bevölkerung sage ich mal das ist jetzt nicht da steht nicht der therapeutische zweck oder das anliegen im vordergrund sondern eher so die weiterbildung für die nachbildung für allgemeine bevölkerung also alles was eben nicht in der schule oder in initiations ritualen gelernt wurde oder erfahren wurde kann dann im anukan zentrum noch erlebt werden und weil du das gerade erwähnt ist dass wir noch andere sachen mit reinnehmen ich bin ja von haus aus erster und generalist also ich gucke auch in verschiedene andere richtungen und gerade durch die corona zeit habe ich mich mit so vielen sachen beschäftigt und bin zum beispiel auch auf das thema psychoneuroimmunologie gekommen durch den professor schubert das war für mich noch mal sehr spannend auch zu erfahren oder mich da rein zu vertiefen noch mal wie sehr alles miteinander zusammenhängt also das immunsystem mit mit der psyche mit unserem körper und eben auch mit sexualität und das ist so mein kernanliegen es gibt so viele tolle ansätze aber das thema sexualität wird eigentlich überall vergessen vernachlässigt und nicht erwähnt und das ist mir so aufgefallen und ja innerhalb der beschäftigung mit diesen ganzen anderen gebieten die mich alle auch sehr interessieren habe ich immer gemerkt ja überall also auch in der gesellschaft überall gibt es neue ideen neue wege für neues finanzsystem neues schulsystem neue landwirtschaft alles wird wird schon der boden gelegt finde ich so für eine neue gesellschaft weil da muss meines erachtens sehr viel verändert werden was auch absolut in ordnung ist weil wir dürfen ja viel verändern und es fehlt sozusagen noch der nährboden für die und das ist auch so ein schöner übertragungsprozess wenn man das nährboden nennt also den nährboden für die sexualität genau ich muss immer mal husten ja völlig in ordnung genau und mir ist aufgefallen da gibt es nicht wirklich so eine bestrebung die sagt okay wenn wir jetzt schon eine neue gesellschaft bauen wollen und meines erachtens braucht es da große vision dafür dann gehört das thema sexualität beziehung sowas unbedingt mit rein das darf nicht so vernachlässigt werden ja aber das ist dann wie so ich sehe das ein bisschen gerade wie so wie so ein alteffekt aus der gesellschaft die wir heute haben weil es ja so ein krass tabuisiertes thema so wie was du kannst doch nicht über sexualität reden oder sonstiges also ich weiß noch als ich meine tantra massage ausbildung angefangen habe haben die leute auch gesagt was machst du jetzt ist also nicht probiere das jetzt einfach aus ich buche jetzt diese workshops und denke mir so ich kann ja nicht immer dabei werden also probiere ich das aus habe natürlich auch selbst die erfahrung weil man massiert sich ja sozusagen gegenseitig also ich lerne zu massieren aber ich kriege auch eine massage was ich total spannend fand weil also auch energetisch ist es so unterschiedlich ob man von einer frau massiert wird oder ob man von einem mann massiert wird und was da sozusagen auch im körper alles abläuft wo man sich denkt zum einen diesen entspannungsmodus zu haben aber zum anderen auch wirklich wieder in kontakt mit der eigenen sexualität zu kommen und zu gucken mag ich überhaupt meinen körper kann ich ist es für mich in ordnung irgendwo nackt zu sein oder nicht und da merke ich immer so wie viele blockaden menschen haben wo ich ganz wenige blockaden wo ich mir denke ausziehen in zwei sekunden bin ich nackt aber ganz viele die haben halt eben so sag mal warum bist du jetzt schon nackt ist dass ich bin ein ostdeutsches kind also ich bin im endeffekt in meiner ganzen kindheit nur nackt rumgelaufen ist nämlich stört das jetzt nicht aber für andere ist das ein großes thema und da spielt sozusagen dieses nackt sein und die sexualität für mich so krass einher und zusammen und wir versuchen uns immer irgendwie zu verstecken also machen wir ja auch unter kleidung dass wir uns verstecken und wie stellen wir uns da und dass man da einfach für sich mal wieder lernt wer bin ich als mensch und was ist meine sexualität ja ja da ist halt so eine krasse schere aufgegangen dass einerseits sexualität jederzeit überall immer verfügbar ist und und anscheinend nicht scheinbar nur scheinbar wir da alles drüber wissen und sehr frei damit umgehen können aber die blockaden sind in uns glaube ich noch sehr unbewusst ja weil das das ganze feld der sexualität ist so beschädigt und wir brauchen einfach neue visionen neue bilder und das wirkt halt auf uns auch noch zurück weil weil gerade vielleicht dadurch dass alles so überall in zeitungen steht ja die sechsten die 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 zehn besten sechs tipps und was weiß ich man kann überall hat man so das gefühl ja das muss doch jeder können das ist ja ganz einfach da guckt man sie zehn tipps da an und dann geht das schon und multi orgasmus und was weiß ich und wenn man dann selber aber an an die erfahrung kommt ans tun kommt geht es halt nicht so einfach weil wie du schon das genau gesagt dass gerade das geht um so viele themen die im körper gespeichert sind mag ich mich selber überhaupt traue ich mir meine wünsche zu äußern darf ich das überhaupt kommt das überhaupt über meine lippen oder bin ich da gefangen in dem wunsch nach harmonie oder in irgendwelchen verboten die ich mir mal in früheren leben oder sonst wann auferlegt habe schweige gelübte oder irgendwelche verpflichtungen und sowas das wirbte alles noch nach ja also es ist so meine erfahrung in den letzten jahren wie sehr auch das mag jetzt für manche ein bisschen spooky klingen aber ich habe das am anfang auch nicht wahrhaben wollen aber wie sehr frühere leben noch und felder in uns wirken und selbst wenn man nicht an frühere leben glaubt dann kann man das auch erklären dass über die generation hinweg wie auch immer dinge weitergegeben werden aber das ist ja mittlerweile auch schon erforscht dass wir so viel übernehmen schon im mutterleib von der mutter und von der anlinie halt von eltern generation zu kindern an ja an wie wir geformt werden bestimmte dinge zu fühlen auch ne und ist das ist halt wirklich immer noch ein schwieriges thema und trotzdem das ist wieder die gute seite haben wir alles in uns um sexualität ganz frei erleben zu können also wir wenn wir wenn wir wirklich den ganzen ballast auch aus dem kopf rausschmeißen an an konstrukten die wir das haben dann könnten wir einfach mit unserem körper sind wir wirklich in millimeter weit entfernt von diesen ganzen alten tantrischen lehren die können wir alle in uns einfach hervorrufen weil wir haben dazu einfach der körper ist da unverändert der kann das alles spüren fühlen fließen lassen und so weiter da fehlt manchmal einfach nur ein freimachen von alten glaubenssätzen das klingt so einfach jetzt aber ja was ist es ist nicht einfach und es ist also es gibt ja so viele schöne tantrische methoden und da muss ich noch mal kurz als seiten notiz aufmachen tantra ist ja nicht nur sexualität und das ist das was viele ja auch so so falsch verstehen dann doch sex nein ist es nicht das ist das kamma sutra da biegt ja gerade bei der falschen richtung ab ne und wenn man sich das so anguckt auch in in den in den tantrischen übungen die man hat also ich war jetzt in indien und wir haben also ich habe ein tantra workshop für mich gebucht habe dann so gedacht dagmar was machst du hier gerade du bist hier nicht in ostdeutschland du wirst wahrscheinlich in drei tagen nicht ein einziges mal nackt sein und was ist überhaupt dein glaubensmuster grad mit nackig sein das fand ich mega spannend für mich das zu erforschen und die haben eine ganz wundervolle übung mit uns gemacht die haben gesagt ihr schreibt jetzt mal weil das ist das thema was du gesagt dass ihr schreibt jetzt mal fünf eurer sofort aufploppenden glaubensmuster auf die ihr kennt also bei mir war es eins das thema leben nicht und einmal das glaubensmuster sei keine frau und das war so spannend die anderen drei habe ich jetzt nicht mehr so im kopf und dann gesagt wir tanzen das jetzt das hört sich total abgefahren an aber der körper konnte das ausleben ihr kriegt jetzt eine musik wo ihr reinspringt und diese aktivität des reinsprings war schon so kraftvoll wo ich dachte ich habe jetzt nicht gedacht dass das funktioniert aber man hat es einfach gemacht ja und dann habe ich so richtig gemerkt also bei der einen sache ich glaube das war leben nicht ich konnte mich überhaupt nicht aufrichten es war als ob irgendetwas mich runterdrückt und ich war so mega klein und ich habe so gedacht das ist ja furchtbar und dann wird die musik gestoppt und sagt ihr springt jetzt raus und es gibt eine andere musik man so jetzt tanzt ihr bitte eure völlige größe und so wie ihr seid und wie ihr euch vorstellt und das hat so viel gelöst bei mir wo ich dachte aber ich habe doch gerade nur getanzt und da merkt man sowie wie unglaublich viel im körper abgespeichert wird und wie viel bewegung ausmacht das ist einfach so faszinierend ja toll dass du das sagst genau das sind auch die methoden und mittel mit die wir in unseren seminaren mit verwenden das ist echt schön wie du das jetzt gerade beschrieben hast ja das ist so das ist so simpel ich denke mir immer so es ist so einfach ich muss nicht 20 jahre auf einer couch liegen und irgendjemand macht psychoanalyse mit mir ich muss nur einmal meinen körper es erfahren lassen damit sozusagen die erinnerung verschwinden kann genau genau das ist es und das ist also ich finde jedes mal wieder dachte mir so ja du hattest eine andere erwartung und das ist auch so schön die welche erwartungshaltung hast du zu einem seminar was du vielleicht buchst und was kriegst du dann wo du denkst diese eine übung hat für mich alles gesprengt wo ich dachte hat sich gelohnt alles super ja ja genau vielleicht ist das auch mit der grund weshalb ich mich jetzt immer mehr auf das verlegt habe wofür ich mal wirklich eine gute ausbildung bekommen habe nämlich das schamanische das also die kombination schamanismus und tantra das ist für mich überhaupt wobei tantra ist ja auch so ein weiter begriff du sagtest vorhin kamer sucht ich würde es eher als neo tantra bezeichnen das ist das was bei uns in europa jetzt hier angekommen ist und ich habe aber auch eine initiation in seinem ursprünglichen tantrischen weg da ich habe aber immer wieder gemerkt das ist es nicht so da zieht es mich jetzt nicht so hin also generell die östlichen wege das sind ja im grunde sind also so habe ich zumindest gelernt sind eher so die männlichen wege weil das geht über den geist aber mit weiblichen mitteln ich sitze ich öffne mich empfange während die schamanischen wege eher weibliche wege sind eine verbundenheit mit der natur ein sein räume schaffen aber wiederum mit männlichen mitteln das kommt immer beides zusammen indem ich einfach tue und mache und fokus gebe aber es ist eigentlich ein weiblicher raum und mich hat das immer zwischen diesen beiden räumen auch schon gezogen aber mehr noch zum schamanischen und wir haben jetzt im anukan eine neue reihe dieses jahr schamanisches im anukan der grund ist auch genau das was du beschreibst wenn wir einmal den körper machen lassen und in zeremonien neue erfahrungen machen lassen einfach größere räume öffnen und auch dort lehrern begegnen die für den körper gut sind die bewegung auch vorstellungen wie ist das wenn ich sterben würde jetzt oder schmerzen so was bei bei der massage da ist es nicht selten dass plötzlich der körper anfängt zu schmerzen was aber nicht durch die berührung oder massage technik passieren kann sondern weil sich eben da was löst und ich glaube schon wenn wir einfach dem körper seine dem körper seine weisheit zurückgeben indem wir ihn lassen akzeptieren machen auch bewegen einfach mal in andere räume reinbringen dann kann sich so viel lösen und dann klappt es auch wieder mit der sexualität dass das ist das sind verschiedene herangehensweisen aber was das gute ist auch und da muss ich mal ausnahmesweise unsere gesellschaft loben wir haben halt hier nicht mehr oder wir haben wir sind nicht eingeschränkt wie in vielleicht anderen ländern wo es sittenwächter gibt und wo frauen noch gesteinigt werden wenn sie fremd gehen oder was auch immer das ist wieder das gute an dieser freiheit also die freiheit macht schnell auch beliebig und bewirkt dass wir da nicht tiefer gucken und meint das geht ja alles und das müsste natürlich von statten gehen oder brauche ich nicht noch irgendwelche workshops kann ja kann das ja wohl gehört ja wenn ich verliebt bin dann kann ich aber auch sex haben da hat niemand rein zu reden das ist einerseits die freiheit die eben oberflächlich auch sein kann andererseits haben wir eben die freiheit zu forschen wir sollten das auch nutzen wir dürfen wir dürfen probieren machen uns braucht eben bloß in gewisser ein fokus was will ich damit wo soll es hingehen es braucht da so ein erfahrungsraum wo auch die erlaubnis da ist mal was ganz anderes zu probieren ja und ich finde wir haben wirklich so viele schöne workshops das sage jetzt mal weil ich so stolz bin auf die ganzen seminar leiterinnen und seminar leiter die bei uns arbeiten weil die echt mit so viel leidenschaft und ideen reichtum auch rangehen und so tolle seminare kreieren wo wirklich für jeden was dabei ist nur für die schüchternen für die die wie du einfach reinspringen wollen und probieren und ja das ist das anukan seminar zentrum jetzt gegensatz zu dem institut wo es wirklich fast nur um die therapie geht und um das forschen geht es im anukan zentrum genau darum dem den also wir sagen wir haben ja im logo stehen liebe leben und nennen uns auch liebeslern ort und wir haben praktisch eine ein ort geschaffen wo erfahrungen gemacht werden können in bezug auf die körperliche seite der liebe ja das mal so formulieren kann es gibt ja also liebe ist ja auch so ganz weiter begriff und wir meinen bei uns den körper die körperliche seite und ich finde es ist auch eine schöne also ein schönes konstrukt dadurch dass man wenn zum beispiel mit paaren arbeit dass die einfach aus ihrem normalen regulären umfeld und ihrer wohnung oder haus rauskommen einen anderen ort kennenlernen also auch physisch einen anderen ort kennenlernen sich neu kennenlernen und das aber das was wo sie sagen das tut mir gut und das gefällt mir das können sie zurücknehmen und sie müssen es nicht bei sich zu hause ausprobieren wo vielleicht sachen ich sag mal in anführungsstrichen schief gehen dann sagen sie ja das war jetzt doof dass wir das ausprobiert haben ja so können sie das räumlich auch trennen und können sagen okay das nehmen wir mit das lassen wir hier und das können wir jetzt zu hause sozusagen noch mal weiter vertiefen genau und weil du gerade sagst mit paaren das ist immer wirklich witzig zu beobachten also es gibt rühmliche ausnahmen muss ich sagen aber normalerweise wenn wir ein seminar haben wo sowohl paare als auch singles hinkommen können und ich sehe also die die übungspartner finden sich und das paar übt zusammen da kann ich schon mit ziemlicher sicherheit sagen wie viele jahre die verheiratet sind es ist wirklich erschreckend wie lieblos und unachtsam viele paare miteinander umgehen und die länger die zusammen sind umso mehr erleben wir da sagen wo ich denke um gottes willen also dass das tut richtig weh manchmal dann nur zu gucken ja wenn die sich dann so anfangen ja fast aber nie so an hier so wo ich dann schon merke okay dass das übungs paar hier drüben zum beispiel die haben sich gerade erst kennengelernt so das kann man schon immer so sagen und ich finde halt so schade dass im laufe der jahre in beziehungen oft diese achtung voneinander verloren geht dieser respekt auch das hat für mich sehr viel mit respekt und achtsamkeit zu tun und dass ich halt die fähigkeit mir erhalte den partner immer wieder neu zu sehen immer wieder auch das potenzial zu sehen das ist für mich auch die liebe einer beziehung also zur für möglich ist für möglich zu halten dass der partner nächsten tag ganz anders sein kann aber das ja das ist halt die beziehungsarbeit ja aber weil du das kann sagt ist man kann tatsächlich auch als paar bei uns auch mal ein feedback bekommen wie wir wie es oder anregungen bekommen wie man noch miteinander umgehen könnte außer nach so 20 jahren vor sich hin muffeln da aber es gibt auch paar da habe ich auch gedacht ihr habt euch bestimmt gerade erst kennengelernt habe ich so gesagt auch und dann meinen die ne wir sind schon 50 jahre verheiratet haben zwei kinder großgezogen und so und es gibt paare das sind für mich da geht mir immer das herz auf wenn ich sehe wie neugierig wie liebevoll wie lebendig die noch miteinander umgehen aber es ist leider nicht die regel ja aber da merkt man glaube ich auch schon die übersetzung wie gehen die dann auch in ihrem alltag miteinander um wie gehen die auch mit ihrer sexualität um als wenn man halt eben diese gruppe leute wo man sich denkt und ihr wundert euch warum es im bett nicht funktioniert genau und das ist tatsächlich ziemlich das läuft ziemlich wie sagt man da parallel so ne genau ja spannend ich hatte das auch mal in einem kurs wo ich dachte ach das ist ja spannend da haben sich die paare sozusagen aufgeteilt weil ich dann direkt die seminar leitung gefragt habe wer sind denn paare wo darf ich mich sozusagen nicht anstellen und neuen partner finden weil ich das ja auch nicht ich will die ja nicht in irgendeine dumme situation bringen und dann sagen die so nee nee die sind alle offen und dann haben die im endeffekt rückmeldungen gegeben haben gesagt das war gerade so komisch eine andere frau anzufassen oder es war so komisch einen anderen mann an sowas und dann habe ich immer rüber geguckt zu meinem partner und dachte mir ich werde gerade eifersüchtig der tatscht da jemand anderen an und also auch das mal zu erfahren finde ich total gut in einem geschützten raum also wie gehen wir davor das sind so wirklich schöne themen wo man sich also wo ich auch wirklich zu jedem sagen kann probiert das einfach mal aus bucht euch irgendwo ein workshop zum beispiel bei dir in dresden das finde ich ja also für mich in halle ist es ja um die ecke das ist ja das schöne und dann kann man sowas wirklich mal ausprobieren und kann sich da auch im wahrsten sinne des wortens mal berühren lassen das finde ich halt eben auch ja 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 das macht so viel auf so vielen ebenen auch ich habe auch das gefühl ich wann habe ich angefangen ich muss jetzt darauf nachdenken letzt vorletztes jahr 2021 november habe ich angefangen und es hat sich für mich schon echt viel viel verändert mit tantra und mit massagen und dem eigenen konzept und dem eigenen thema körper und sexualität und das finde ich schon spannend weil ich war schon kann ich schon so sagen offen aber ich habe das gefühl gehabt das ist noch mal ein ganz anderes eine andere schicht an offenheit also dass man da einfach sich besser selbst kennenlernen dass man seine bedürfnisse besser kennenlernen und wie du schon sagst es hat ja auch ganz viel mit verbaler kommunikation zu tun also wie spreche ich etwas an was was möchte ich was möchte ich vielleicht nicht und dass man sich da auch selbst die erlaubnis gibt zu sagen so das fühlt sich gerade nicht gut an kannst du das bitte irgendwie ändern in irgendeiner art und weise das ist ja auch schon ein großer sprung für viele das finde ich auch ja sehr sehr schön ich habe ja noch ein thema mitgebracht wo du auch schon gesagt hast ja spannend und zwar das prostituierten schutzgesetz was 2017 kam also ich stelle mir gerade so vor du baust alles auf du baust das institut auf du baust das seminar zentrum auf du machst alles du hast ganz viele masseure und masseurinnen bei dir und dann kommt 2017 dieses gesetz raus was hat sich im zuge für dich und für auch für deine ganzen einrichtungen verändert was ist so dein dein resümee kann man vielleicht auch sagen aus dieser erfahrung ja es hat sich sehr viel verändert dadurch bei uns also zum beispiel ist das anukan seminarzentrum daraus entstanden also mit diesem neuen name weil vorher hatten wir also war sinnesart quasi das dach für alles für das seminarzentrum für unsere forschungen und vor allem hatten wir mehrere massagestudios und das hieß halt alles sinnesart und als dieses prostituierten schutzgesetz kam wir hatten etwa 50 masseurinnen wir haben auch insgesamt etwa 95.000 massagen durchgeführt deswegen können wir halt auf so einen großen erfahrungsschatz zurückblicken wir haben das immer wieder in supervision zusammengetragen was ist wichtig und daraus hat sich das anukan system entwickelt mal so als seitenschlenker und als dann das prostituierten schutzgesetz kam mussten sich ja alle tantra masseurinnen als prostituierte registrieren lassen da kannst du ja noch mal ein bisschen was zu sagen weil ich glaube dass das weiß einfach niemand was da im hintergrund auch abläuft und wie ich sag mal wie steril und fachlich und bürokratisch deutschland das macht ja ich kann es ein kleines bisschen verstehen also es gibt da eine behörde die müssen irgendwie einschätzen was wohin gehört und dann hören die okay das ist eine massage da wird der intim bereich berührt da geht es um lust um sexualität das ist eine sexuelle dienstleistung egal was dahinter steckt mit welchem fokus mit welchem kontext spielt da in dieser behörde keine rolle so wurde die tantra massage als sexuelle dienstleistung eingeschätzt bei erotik massagen kann ich es noch ein bisschen er verstehen das hat ja auch einen anderen kontext überhaupt also die gäste kommen einfach mit anderen erwartungen aber tantra massage wurde da genauso mit reingesteckt in diese in diese kategorie da gibt es einfach nichts anderes es gibt einmal die heilenden massagen oder wellness massagen und dann gibt es prostitution dazwischen gibt es nichts weil eben unserer idee der körper sexualtherapie tatsächlich noch ganz neu ist und noch keinerlei referenzen oder irgendwas hat und die die folge davon dass man sich als prostituierte registrieren lassen kann ist ja gar nicht absehbar wir hatten frauen die gerade in sorgerecht streit laufen hatten wenn die dann sich vorgestellt haben der familienrichter sagt ach sie sind prostituierte dann geben wir das kind doch mal dem mann ja lieber oder lehrer zum beispiel lehrerinnen studentinnen die sich vorgestellt haben dass dann irgendwann mal sie stehen vor der klasse auf einmal holt da irgendeiner von den schülern so ein bild raus von von ihr als prostituierte in anführungszeichen als tantra masseurin oder was auch immer und viele haben dann gesagt also von den 50 frauen die natürlich nicht den ganzen tag da waren es waren viele die haben nur ein zwei mal die woche einen halben tag mit gearbeitet so ne das waren jetzt keine voll beschäftigten überhaupt nicht von den 50 frauen haben dann oder männern und männern haben dann nur noch 17 gesagt okay uns ist das so viel wert dass wir dabei bleiben die folge war dass wir zwei studios schließen mussten auch finanziell in eine große schräglage gekommen sind es gab ja noch arbeitsverträge mietverträge und so weiter und das alles abzuwickeln das hätte fast die existenz von ganz sinnesart gekostet also es war wirklich existenziell bedrohlich für uns abgesehen davon dass in den verbleibenden studios umgebaut werden musste da musste viel investiert werden es mussten zwei bädereien es musste notnotrufsystem und so weiter weil durch das prostituierten schutzgesetz war das gewerbe in das mal sache studie ist nicht mehr nur anzeigepflichtig sondern erlaubnispflichtig das heißt ich musste bestimmte bedingungen erfüllen und das war alles insgesamt sehr schwierig für uns das mal abzukürzen und hatte zur folge dass die angebote an massagen zurückgegangen sind und auch die qualität das war ja noch mal so ein treppenwitz der geschichte in dem fall dass wir vorher sehr darauf geachtet haben dass die masseurinnen für bestimmte massagearten auch die entsprechende qualifikation aufgewiesen und ab dem inkrafttreten des prostituierten schutzgesetzes wurde mir direkt gesagt frau laug sie haben überhaupt nichts mehr zu sagen in den studios die masseurin dürfen machen was sie wollen und da habe ich gesagt moment mal wir haben aber als als oberste regel kein verkehr bei uns wir sind ein massagestudio wir haben uns schon da abgegrenzt und zwar nicht aus moralischen gründen ich finde prostitution auch wichtig und das ist jetzt nicht das thema es ist einfach ein anderes angebot und die gäste die zu uns kamen wollten in der mehrheit auch wissen okay da bin ich da komme ich gar nicht in versuchung und kann auch dazu stehen auch wenn meine frau das vielleicht dann weiß wenn ich in den massagestudio gehen würde wo tatsächlich auch prostitution stattfindet das wollten unsere gäste auch nicht und wir haben uns da abgegrenzt und dann hieß es auf einmal die masseurin können machen was sie wollen sie haben da gar nichts mehr zu sagen weil die prostituierten sollten ja geschützt werden dass sie ihrem zuhälter nicht mehr irgendwelche schlimmen sachen machen müssen dann dafür und bei uns ging das genau nach hinten los nämlich wir durften dann nicht mehr unser massage handbuch also die ganzen regelungen die wir hatten für qualität wurden abgeschafft und ich musste direkt darum kämpfen dass ich diese regel kein verkehr bei uns beibehalten konnte also ich kann dann konnte praktisch nur wählen vertraue ich der masseurin darf sie bei uns arbeiten in einer prostitution städte sozusagen oder ich kann sie nicht mit dort kann ihr kein mitvertrag geben dafür so das gab nur die zwei möglichkeiten und diese diese regularien wie wir für qualität gesorgt haben waren durch das prostituierten schutzgesetz abgeschafft klingt völlig absurd aber so war das ja und insgesamt hat uns das überhaupt nicht weitergebracht also ich bin ja auch der meinung was wir machen ist halt keine prostitution und ich neige immer mehr dazu zu sagen ich mache da einfach nicht mehr mit ich will keine prostitutionsstätte betreiben weil ich fühle das wieder so noch sehe ich das ein noch bezeichne ich unsere masseurin als prostituierte und das gibt für mich nicht wirklich ein grund sich diesen regeln noch weiterhin zu unterwerfen das wird auch zu sicher noch mal zur auseinandersetzung führen aber ich sehe immer ich will dazu beitragen dass die welt eine andere wird und dann muss ich einfach etwas tun dafür und ich kann nicht auf die straße mich stellen mit im schild und sagen wir wollen dass tantra massage keine prostitution ist da werde ich ja ausgelacht also mache ich jetzt einfach mal anders machst du es anders genau du findest du sagen die lücke im system die geht und ich glaube das ist auch total wichtig natürlich ich weiß dass ich schicke dann so schon kraft und fokus für dich dass dass ich weiß du schaffst das weil wenn man sich so einmal darauf wirklich auch festgebissen hat sage ich mal so zu sagen nee was gibt es andere lösungen wie kann man das anders machen dann wird man auch kreativ das finde ich das schöne daran also es ist ja schon du hast ja schon die kreative lösung gefunden dass du sagst hast naja wir haben das halt eben dann geändert und haben sozusagen das seminar zentrum draus gemacht was im endeffekt schon eine lösungsstrategie war und das ist ja schon großartig wir mussten das trennen weil in unserem seminar zentrum auch massagestudio mit drin waren das haben wir praktisch raus also raus ausgelagert und haben jetzt ein größeres seminar zentrum also seit 2018 wo mehr platz ist und das darf dann auch gefüllt und bespielt werden genau genau und du bringst ja damit auch schon unglaublich viel wissen und unglaublich viele möglichkeiten in die gesellschaft dass die leute sagen ich komme da hin ich probiere das aus ich nehme vielleicht an dem entweder jahrestraining für die anukar massage teil oder ich bin mich wirklich in diese weiterbildung rein oder nehme nur die tagesworkshops ihr habt ja auch eine masse also eine riesen masse als hier neuem event kalender war dachte ich mir so oh mein gott du kannst ja jeden tag was machen das meinte ich eben auch nicht dass ich so ein tolles team habe das ist wirklich glaube ich das hängt einfach mit unserer ausrichtung zusammen auch mit meinem bedürfnis nach ganzheitlichkeit nach nach über die ränder weg gucken also es hat beides was für sich fürs marketing wäre es natürlich einfacher sich zu spezialisieren auf eine sache und so wie auch die anderen institute laufen die sind meistens abhängig von einer bestimmten person von regina hackert oder sali matthias rieck oder wie sie alle heißen die die haben so eine leitfigur sage ich mal in dem tantra bereich und haben da eine spezielle ausrichtung und spezialisierung und bei uns ist es so dass das ist halt bei uns nicht so dass das wir so ein thema haben was unserer unser vorteil ist dass wir sehr breit aufgestellt sind für das marketing schwierig gebe ich zu die stöne manchmal unsere marketing frau mein schon wieder was neues muss ja wieder woanders bewerben aber der vorteil ist auch diese diese synergie effekte dass sich wirklich viel belebt und gegenseitig befruchtet und das anukan center mittlerweile wirklich ein ort ist von von austausch und wo viele auch mal sagen aber das ist ja das ist so wenn ich hier reinkommen bin ich wie in einer anderen welt das ist auch wie nach hause kommen so man ist plötzlich ein anderer mensch weil wir ich glaube ja sehr an felder und wir haben da ein feld aufgebaut wo wirklich wo man als mensch sich ganz neu erfinden darf nicht was sagen kann ja und das ist unsere spezielle ausrichtung die vielfalt das weiß ich gar nicht mehr was ist thema eure ganzen kurse aber siehst du da hast du nicht verlieren konntest in den kursen was aber auch total schön ist also es war jetzt auch gerade ein schöner parallel prozess weil ich auch so gedacht habe als du gesagt hast ah ja naja das ist dann so generalisiert wir haben so viele verschiedene angebote aber das ist ja auch für eure kunden großartig weil die die machen vielleicht eine sache die sehen das und sagen oh schöne werbung finde ich cool ich buche das und dann sind sie in eurem zentrum und finden vielleicht noch ganz ganz andere sachen kleine juwele wo sie sagen ja das können wir doch auch ausprobieren tatsächlich ja das das ist tatsächlich so dass die meisten dann irgendwann mal wieder kommen ja voll schön das finde ich voll gut um da noch mal über zu schwenken du hattest ja noch mir erzählt ihr hattet noch eine andere sache auch im zuge sozusagen das prostitution schutzgesetz mit gestartet und zwar die tempelpriester oder tempelpriesterinnen was ich auch sehr spannend fand weil ich so gedacht habe also auch was du da im hintergrund erzählt dass so wenn man durch diese regularien geht und sozusagen der prostitution zustimmt dass man und das war für mich der schock als du das gesagt hast dass man sich einen huren schein holen muss und ich habe so gedacht wie befleckt ist dieses wort denn in unserer gesellschaft und was macht das auch mit menschen und daraus habt ihr ja noch was ganz anderes entwickelt was ich total schön fand du darfst gerne mal was davon erzählen ja das ist das ist gehört zu meinen zwei großen herzensthemen neben dem schamanismus von dem anderen würde ich da auch gerne noch mal das kurz erwähnen das hängt mit der zirbeldrüse zusammen aber zu den tempelpriesterinnen die der wunsch mich irgendwo einzubringen unter gleichgesinnten der war schon ganz lange da den gab es schon zu der zeit als ich diese schamanische ausbildung gemacht habe da über drei jahre in der schweiz habe ich immer gedacht würde gern mal so irgendeinem clan angehören oder ja vielleicht doch irgendwo noch lernen von jemanden und irgendwo initiiert werden oder irgendwie dazugehören so wie die hexen konvents so und das habe ich überhaupt nicht gefunden aber ich habe gesehen dass der die domänen tempelpriesterin noch frei war und dieses wort tempelpriesterin das kommt aus meiner schamanischen ausbildung und ist eine der formen sexuell unterwegs zu sein da gibt es also immer räder im schamanischen und auf einem ort nämlich dem osten liegt also da gehört die tempelpriesterin hin mit großem i also sowohl männlich als auch weiblich und die beiden machen praktisch sechs in verkörperung von gott und göttin so das gab es tatsächlich so eine rituale wo vor dem volk dann die vereinigung stattfand und damit wurden die göttlichen energien auf die erde gebracht mit dieser vereinigung und dieser moment muss noch mal husten völlig in ordnung ja das ist etwas was wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können unserer heutigen gesellschaft weil wir durch diese tabuisierung von sexualität immer sagen es muss alles im versteckten kämmerchen sein und auf der anderen seite gibt es aber so viel pornografie wo man im endeffekt alles öffentlich hat aber nichts hat sozusagen diesen 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 göttlichen aspekt und nichts hat auch diesen heilenden aspekt in den beiden konzepten und da kommst du jetzt sozusagen zusammen und bringst das auch schon ein bisschen wieder in die gesellschaft genau und die idee war also schon der wunsch so ein so ein kleinser clan zu haben war schon länger da und dann kam im zuge dieses prostituiertenschutzgesetzes die idee auf während eines team treffens dass man tatsächlich sowas wie eine ein gegen eine gegen zeremonie zu dieser schwarz magischen zeremonie mit dem hornpass erschaffen sollte das war so unser wunsch wir wir haben einfach gemerkt es ist nicht nur ein behördenakt sondern die felder wirken man geht da hin und lässt sich so zu huren degradieren sag ich mal wobei der begriff der hure den finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm und das ist für mich auch ein ehrbar und achtbarer beruf und hatte auch im laufe der geschichte ja auch ganz andere betrachtungsweisen sag ich mal oder anderer ja wurde anders geehrt und geachtet und wir haben dann das zusammengebracht und ich habe also die die domain die schon ein paar jahre rumlungerte habe ich dann dafür genutzt und wir haben diesen bund gemeinsam ins leben gerufen uns lange überlegt was machen wir was sollst weil es gab ja schon diesen berufsverband für erotische und sexuelle dienstleistung aber dort haben wir immer wieder versucht fuß zu fassen mit wir meine ich die frauen die diesen spirituellen aspekt im sexuellen so wichtig finden wir meinen ja und das ist auch meine ausrichtung oder auch die vom anukanen zentrum dass sexualität und spiritualität zusammengehören dass das eine ohne das andere nicht geht da komme ich dann gleich noch mal zu meinem lieblingsthema zirbeldrüse wie das zusammenhängt tatsächlich auch organisch und wir haben also in diesem berufsverband sind wir da nicht willkommen gewesen weil dort das thema spiritualität überhaupt nicht präsent ist und wir haben immer mal wieder dort auch zum beispiel werben wollen für unsere tempelpriesterin und das ging überhaupt nicht und wir haben dann gemerkt dass das ist jetzt nicht unser heimatort ja weil es dort wirklich die machen wunderbare arbeit für prostituierte aber die anderen form von sexarbeit finde ich dort nicht so repräsentiert und unser bund ist jetzt kein berufsverband in dem sinne dass wir uns jetzt einsetzen und forderung haben oder irgendwas erreichen wollen sondern wir wollen lediglich so ein bund sein wo sich gleichgesinnte treffen also die tempelpriesterin sind ein bund für menschen die beruflich also professionell im haupt oder nebenberuf mit sexualität arbeiten sexualität unterrichten oder mit sexualität heilen arbeiten heilen unterrichten das sind die kriterien aber eben beruflich ja und wir haben öfters anfragen von menschen die sich dahin gezogen fühlen das im herzen und und unserer ganzen unser manifest auch unterstützen aber wir möchten wirklich auch oder wir brauchen auch mal diesen schutzraum da wir wirklich auch ganz mit ganz schön krassen energien zu tun haben in der gesellschaft brauchen wir diesen schutzraum wo wir unter uns sind und wir sind mittlerweile über 50 mitglieder in ganz deutschland verteilt die zu diesem bund der tempelpriesterinnen und tempelpriester gehören und das ist auch eine sehr kraftvolle menschen es gibt da auch immer mal wieder meinungsverschiedenheiten aber wir raufen uns zusammen und wir vor allem haben wir so ein so eine art berufs ethos der dieser diese ansichten gehen glaube ich weit hinaus über die eines masseurs oder eine masseurin weil wir quasi auch ansprechpartner sind im alltag wir wollen also wirken im sinne unserer tempelpriesterschaft und das heißt da wo wir gebraucht werden wo es in der sexualität noch dunkle seiten gibt wo was aufgelöst und geheilt werden will da können wir angefragt werden ja schön also das ist ja auch also das ist noch mal ein ganz anderes spektrum finde ich an sexualität ist vielleicht auch nicht jeder offen für oder hat dann verständnis für aber ich glaube das ist etwas wo wir uns gesellschaftlich auch immer mehr hin entwickeln weil ich das auch in meinem umfeld zu merken dass die lüte sagen naja was ist wenn sex mehr ist als nur sex also dann muss man sich ja auch fragen wofür steht der sexuelle akt den ich gerade mit meinem partner oder mit wem auch immer durchführe und dass man da vielleicht diesen diesen punkt der spiritualität mit reinbringt ja genau das ist tatsächlich noch nicht so verbreitet aber wenn ich mir so überlegen was ich was ich in den letzten 20 oder mittlerweile mache ich es ja auch schon 24 jahre was sich da verändert hat das ist meines erachtens hat also die deutlichste veränderung spüre ich in bezug auf das thema spiritualität und sexualität also die kombi es sind viel 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 mehr menschen jetzt offen dem thema gegenüber ja auch vorher da also in dresden gerade als wir angefangen mit sinnesa 2005 da kannte fast niemand tantra massagen gab es erotik massagen das haben die leute gekannt die männer vor allem und wir waren das erste studio deutschlandweit was sowohl tantra als auch erotik massagen angeboten hat weil ich gemerkt habe die tantra massagestudios machen da auch nicht so sehr viel anderes als wir bei unseren erotik massagen letztendlich so vom praktischen ablauf her wichtig ist die ausrichtung wie ich daran gehe und so konnten wir viele männer auch interessieren für eine tantra massage die einfach zu uns kamen gesehen haben der lang flyer oder was weiß ich was ist eine tantra massage was ist denn das wir haben über die vielen jahre hinweg wie gesagt 95.000 massagen haben wir immer wieder viel 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 aufklärungsarbeit geleistet gerade was ist was ist der aspekt oder gerade was das thema empfänglichkeit betrifft oder sich selber spüren zur ruhe kommen sich selber wahrnehmen und sowas also da haben wir viel gemacht und es ist glaube ich auch jetzt nicht unser verdienst sondern ich glaube das ist eine weltweite bewegung dass das thema spiritualität viel mehr an bedeutung gewinnt womit ich damit auch meine mehr bewusstheit also dass also wenn ich glaube wenn wenn menschen bewusster werden dann geht das immer mehr in richtung liebe liebevolles miteinander das wird mehr bewusstsein kann eigentlich nicht schaden sage ich auch immer so mehr bewusst sein man hat umso besser wird es genau und friedlicher auch und das ist reine frieden ich empfinde dass ich das ist mir sehr sehr wichtig das thema frieden zwischen völkern zwischen in beziehungen zwischen männern und frauen vor allem da fängt ja alles an bei uns selber in einem selbst frieden mit mir kann ich mich selber akzeptieren und so hat das ja verschiedene ebenen die immer wieder aufeinander wirken ja wie kam ich jetzt darauf an dass du kamst über sozusagen den prozess mit wie die leute tantra massagen genau 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 das glaube ich haben wir haben wir viel bewirkt ja und ich weiß nicht hast du noch eine frage dazu sondern ich würde so gerne mal über mein derzeitiges lieblings lieblingsthema sprechen darfst du gerne ich mache dir noch eine kurze überleitung weil ich das so spannend fand dass du gerade gesagt hast es ist so eine friedliche friedensarbeit ich kenne das aus der transaktionsanalytik bei mir auch dass andere leute immer sich meine workshops angucken und sagen ja was du machst es doch nur friedensarbeit tagmar also die meinen das nicht abwerten sondern wirklich dadurch dass du die leute in kommunikations bringst und dass die verstehen was sind denn so meine meine eigenen gedanken und wie kann ich die besser an jemanden anderen weitergeben ohne ihn anzugreifen oder sie anzugreifen und ich fand das gerade so schön dieses bild mit diesem man arbeitet da am inneren frieden weil in dem moment in dem ich inneren frieden habe mich selbst kenne mich selbst wahrnehme auch in meiner sexualität habe ich überhaupt kein bedürfnis mehr nach außen irgendwen anzugreifen oder konflikte aufzubauen weil ich mir denke ist doch alles schön ist doch alles gut und das ist halt eben etwas wo man sich denkt krass und sowas kann man auch mit einer richtig guten massage erreichen also das sind nicht nur das bewusstsein ist schön und alles gut das auch ich glaube wir haben dann vielmehr den mut auch mal unsere grenzen wahrzunehmen und zu sagen nee jetzt ist hier für mich eine rote linie und nein zu sagen nicht nur im in der begegnung eins zu eins sondern auch gesellschaftlich das finde ich auch so wichtig dass ich dass wir den mut haben der letztlich für eine für freiheit überhaupt notwendig ist und freiheit ist wieder für liebe notwendig ja für richtig für eine umfassende liebe ja es kommt alles zusammen was wieder man sieht wieder es ist alles verbunden genau finde ich toll genau und dann leite ich dich sozusagen direkt über zu deinem neuen lieblingsthema der zirbeldrüse was hast du da noch schönes mitgebracht genau ich weiß nicht wie weit jetzt die zuhörer über die zirbeldrüse bescheid wissen aber das ist mittlerweile ein thema was auch sehr im kommen ist so eine kleine drüse die mitten in unserem gehirn sitzt und lange lange vernachlässigt wurde auch physisch durch gifte in nahrungsmitteln fluoride und sowas ziemlich verkümmert ist und jetzt langsam wieder erweckt wird auch weil wohl die strahlen so die aus dem kosmos kommen auch sich verändern wie auch immer die zirbeldrüse ist einfach wichtig das ist die schafft einmal die verbindung zwischen unserer physischen welt in der wir leben und der geistischen welt ja zum beispiel in dem in der zirbeldrüse vorwiegend das ist auch woanders aber vorwiegend in der zirbeldrüse wird dmt produziert und das ist so das bewusstseinshormon was auch so bei psychedelischen reisen eine rolle spielt erwasca und sowas da kommen diese diese psychedelika haben ja auch die wirkung dass wir in andere welten reisen können und wer das schon gemacht hat er weiß einfach dass diese welten real sind da gibt das ist auch wieder ein extra thema wenn man eine extra sendung machen könnte habe ich einige erfahrungen mitzubringen ja das sind eigentlich so meine lehre auch diese pflanzen geister und die zirbeldrüse kann also einerseits diese verbindung herstellen aber auch weil sie in der mitte des gehirn sitzt unser einzige organ im gehirn was nicht parallel ist verbindet ziel rechte und linke gehirnhälfte also unser männliches und weibliches sein also die ist im prinzip für einheit für unser einheitsbewusstsein dafür erleuchtung im grunde und jetzt war für mich super spannend ich habe im vorletzten jahr bis also bis letztes jahr gelernt bei einem energieheiler der lange in indien war und dort geheime sexual magie auch gelernt hat und das war für mich so spannend von dem habe ich viele sachen gelernt über sexualität nochmal wo ich dachte oh gott das ist ja ein fass ohne boden also man kann das noch lernen so ne also wenn man da wirklich so ins feine geht was die energieflüsse so ausmachen was ich einfach mit einer vierteldrehung an der brustwarze wie ich die energie ganz woanders hin lenken kann und so also abgefahren und von dem habe ich gelernt und das war für mich die entdeckung schlechthin dass es eine direkte verbindung gibt zwischen zirbeldrüse und unserem intim bereich und zwar bestimmten punkten im intim bereich und da ist mir plötzlich schlagartig klar geworden warum bei den intim massagen oft die menschen in andere bewusstseins zustände geraten ich hatte bis dahin immer gedacht es kommt durch die gleichzeitigkeit von entspannenden und aufwirbelnden techniken durch die entspannung der massage und gleichzeitig die sexuelle stimulierung das sind ja wie gegenläufige prozesse wo im hirn ein cocktail ausgeschüttet wird wo wir einfach wo unser hirn die grätsche macht und sagt okay jetzt jetzt bin ich in trance jetzt weiß ich aber wo es hingehen soll aber noch dazu kommt dass bei der intim massage wenn wir an diese punkte kommen oder überhaupt den intim bereich beleben durch die massage dass dann die verbindung hergestellt wird zur zirbeldrüse und die zirbeldrüse damit aktiviert wird und viele also das habe ich an mir auch bemerkt und viele unserer klienten und gäste im massage bereich sagen dass halt auch dass sie entweder andere wesenheiten sehen also ich habe jedes mal gewusst da ist noch jemand im raum und mit denen konnte ich kommunizieren bei einer intim massage nebst diesen ganzen emotionen und viele haben auch farben gesehen und haben gemeint ich sehe hier bunte bilder und so das war wirklich wie so ein trip ne und ich habe das am anfang gar nicht verstanden und dachte mir das ist ja aufregung und so was aber letztendlich jetzt im nachhinein habe ich verstanden dass die zirbeldrüse angeregt wird durch die durch die intim massage weil da gibt es punkte und das ist auch für mich so ein grund ich habe immer auf eine bestimmte weise war ich im sechs also direkt beim verkehr bei einer ganz bestimmten art und weise war ich so habe ich so eine tiefen erfahrung gemacht und ich wusste gar nicht wie es zusammenhängt und das habe ich dann verstanden nämlich wenn die penisspitze an dem a punkt ist also am muttermund an einem bestimmten punkt wenn wir dort bleiben und nicht mehr rein raus das ist so als wenn nicht immer licht an licht aus licht an das macht einen wirklich verrückt eigentlich ne also es ist auch schön mal richtig rum zu vögeln und gestoßen zu werden und alles sowas aber wenn wir das praktizieren dass die penisspitze an diesem bestimmten punkt ist dann kommen die beiden punkte zusammen die die zirbeldrüse stimulieren und dann können wir wirklich in anderer bewusstseinsbereiche kommen einfach indem wir die art wie wir sexuell sind wie wir miteinander verkehr haben mal anderes ausprobieren ja hochspannend da kann ich auch ein sehr gutes buch zu empfehlen sie geht zwar nicht auf die zirbeldrüse direkt ein aber auf den beckenboden muskel und wie es verknüpft ist zum gehören da gibt es nämlich auch studien zu und das ist von naomi wolf das buch vaginas total gut und kann ich nur empfehlen habe ich gerade ausgeliehen an eine klientin und finde das mega spannend dass wir dieses bewusstsein noch gar nicht haben wie viel unser intim bereich mit unserem hirn verknüpft ist und wie wir da auch so konkret in unsere kreativität kommen also ich habe das auch schon erlebt dass leute aus der massage raus kamen und sagten das war als ob ich gerade pilze genommen habe ich weiß nicht was passiert ist ich weiß nicht wie es ist wenn man pilze nimmt ich kann da nicht mitreden aber ich finde es gut dass du dich so tiefen entspannt hast dass du in eine trance gehen konntest oder also ich mache immer bei diesem eingangs gespräch habe ich sage ich immer stell dir vor du bist eine leinwand und jede 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 streichleinheit jede massage einheit ist als würde ich eine neue farbe auf die leinwand bringen und du wirst dann sozusagen wie ein bild am ende der massager und das ist ein schönes bild finde ich auch und ich glaube das muss ich klauen das darfst du klauen klau das auf jeden fall weil das das hat so viel angeregt dass die person dann gesagt hat also ich habe so gefragt wie geht es dir gerade und dann sagt die person ich bin eine farbe und ich habe so gedacht oh mein gott ich muss jetzt ernst bleiben weil das ist ja das erleben die gerade das finde ich so toll und ich so spannend was da jetzt gerade bei den leuten abgeht und das fand ich total klasse und dann kann man weiter fragen welche farbe bist du und du machst aber trotzdem noch die massage aber irgendwie sind die in einer völlig anderen welt in dem moment genau die zirbeldrüse macht ja auch dass wir kreativ sind dass wir bei uns sind dass wir sowohl achtsam als auch aufmerksam sind also nach innen und nach außen und so das ist schon ein ganz tolles organ verschlusssache zirbeldrüse kann ich von empfehlen von dieser bröhrs da ist das auch gut beschrieben ja Ulrich warnke erweckung des dritten augen heißt das glaube ich also da ist das noch detailreicher und genauer beschrieben was so dort abläuft also das ist schon abgefahren und da bin ich gerade dabei zu forschen und mich interessiert das ganz ganz doll wie unser intim bereich ist ja auch ein beweis dass wir eben keine prostitution nur machen in anführungszeichen sondern dass wir heilmassagen machen unsere anukan massage ist eine sinnliche heilmassage wo beide aspekte eine rolle spielen sinnlichkeit sexualität und heilung aber das finde ich großartig also auch schön dass du das noch weiter voran treibst und dass man es halt eben nicht so isoliert sieht und sagt das ist jetzt einfach nur die zirbeldrüse sondern womit hat die überall verbindung was bewirkt das alles und dass man sagen kann es ist sozusagen die brücke hirn und dann wirklich intim bereich für männer und frauen das großartig das finde ich echt wichtig und vielleicht auch wenn ich noch mal ein bisschen gesellschaftskritisch daherkommen darf das ist mir wieder klar geworden dass das ganze feld der sexualität gar nicht so befreit werden darf und auch das morphogenetische feld durch diese ganzen satanischen pädophilen sachen da eben auch klein gehalten wird oder beschmutzt gehalten wird weil wenn menschen das wirklich befreien für sich und neue vision haben ganz neu leben dann werden sie auch bewusster das hängt für mich ganz so zusammen also nicht das ist keine einbahnstraße sexualität und bewusstheit gehören zusammen und auch in diesen büchern zum beispiel auch bei die der preuze habe ich nichts null kein hinweis auch in seinen vorträgen gibt es kein hinweis zum thema sexualität die verbindung fehlt noch muss ich ihnen mal schreiben gerne genau so was ist also man denkt nicht dran wenn man in dem bereich auch nicht arbeitet glaube ich genau also das thema es hat über einen schatten da ist dann ist für mich so enorm wichtig so enorm sonst würde das jetzt nicht so unterdrückt werden im sinne von nicht mit druck sondern gerade dieses öffentliche bloß stellen der sexualität na was was macht es mit dem achtjährigen wenn der im internet ein porno sich angucken kann also dass das das schockiert das verwirrt die menschen sieht man auch an der ganzen gender problematik wie wie verwirrt die leute sind was man und frau betrifft so eine wobei da glaube ich so eine ganz tiefe sehnsucht dahinter steckt die beiden aspekte zu leben bloß es ist meines erachtens der völlig falsche weg die ebene ist einfach falsch wir sind in dieser ebene man oder frau und in der spirituellen ebene sind wir das gegenteil so habe ich es gelernt in meinem schamanischen weg ja aber da ist natürlich die frage die mir dann immer aufkommt bringen sie das gerade runter auf unsere irdische ebene oder müssen wir uns weiter bewegen dass wir höher kommen und also ist das nicht gerade ein brückenschlag den wir aber noch nicht nutzen das denke ich mir manchmal da stelle ich mir diese frage und denke mir so wie wir verurteilen das oder wir befürworten das und das ist ja wieder ein schwarz weiß das ist ja wieder dualität wo man sich denkt leute seht es doch als brücke und was können wir daraus lernen ja ich sehe auch so dass das eben uns darauf hinweist da ist eine große sehnsucht das männliche und weibliche zu vereinen und vielleicht in lemurien war es ja auch alles so androgyn andererseits sage ich mir wir brauchen wir brauchen auch die starken pole und zwar die gesunden pole in der polarität und nicht in der dualität und ja das deswegen meine ich es würde erst mal zu großer klarheit führen wenn ich mich ganz und gar als frau erleben kann und als man und da auch initiation bekommen und das auch lerne von frauen männer von männern genau wie sich das anfühlt ganz und gar frau zu sein ich bin deswegen so skeptisch weil wir eben auch tatsächlich klienten haben die mit so einer operation dann zu uns oder während oder nach einer operation zu uns kommen die irgendwie da aus der haut was rausgeschnitten bekommen daraus wird ein penis gebastelt und so weiter nicht weiß einfach aus vielen berichten die ich recherchiert habe dass das eine riesen industrie ist und dass es da wieder nur um geld geht ja bei diesen ganzen transum operationen und so was ne und dass die menschen überhaupt nicht glücklich sind mit ihren um operieren das sind nur wenige die sagen oh jetzt stimmt so ne die anderen leiden 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 das sind das kriegen wir auch wir kriegen so eine menschen zu uns in die praxis tatsächlich die geschickt werden von ärzten weil weil die menschen psychisch einfach mit ihrem neuen mit plötzlich mit zum penis der aus dem stück oberschenkel gemacht wurde oder sowas in denen sie nicht wirklich benutzen können auch nicht glücklich sind was das kostet und es ist so schade weil man sich ja fragt was ist wenn diese ganzen therapeutischen einheiten die er anbietet vorher gemacht wurden wären bevor diese ganzen operationen dieses ganze system losgetreten ist weil das ist das ist auch ein riesen system also ich habe ich kenne auch jemanden die haben geschlechtsumwandlungen gemacht und als sie mir erzählt haben was da alles daran hängt da dachte ich mir also das sind ja das ist man spricht da nicht von vier wochen man spricht davon jahren an prozessen wo ich mir denke wow also das ist das ist schon echt was die da auf sich nehmen wo ich dann mir auch die frage stelle was ist wenn ihr vorher die möglichkeit bekommen hättet mehr an eurem körper und an eurer sexualität erleben zu können und nicht nur aus einer charm perspektive heraus weil das ist ja das was wir in unserer gesellschaft sehr häufig machen dass wir das thema scham besetzen wo ich mir auch denke scham ist ja kein gefühl oder emotionen was wir intern haben das ist extern aufdruck dreht und ich muss im endeffekt erst mal klar kriegen stopp das macht gerade jemand anders das kriegen die meisten menschen aber überhaupt nicht klargerückt dann sagen das schäme ich mich jetzt also und von wem hast du es gelernt das ist meine erste frage die ich dann immer stelle wo hast du die scham her gelernt weil das ist nicht dein ursprüngliches gefühl und das finde ich so spannend also dass wir mit sicherheit in vielen sachen auch zurückgehen werden aber wir müssen auch vorausgehen und müssen gucken wie gehen wir da hand in hand mit den leuten und können da auch für sie sorgen dass jeder also jeder sollte für in meiner wahrnehmung her zugang zu körper und sexualtherapie bekommen damit wir langsam in eine gesunde gesellschaft wachsen können ja und ich glaube es wäre ganz viel getan wenn jeder sich einfach in seinem körper oder jede in ihrem körper einfach wohlfühlen könnte und ja sagen könnte und sagen okay das bin ich so bin ich jetzt und ich bin egal ob ich frau oder mann bin es ist in ordnung so wie ich bin so so bin ich geschaffen worden vom großen geheimnis oder universum oder gott oder wie man das genau welle so und das hat ja einen sinn also die seele hat sich ja diesen körper auch gesucht und ihn mit geformt und da war es rum zu operieren finde ich ja ziemlich schlimm aber ich wollte das thema eigentlich gar nicht ansprechen das ist trotzdem ist es ein wichtiges thema weil das ist nicht nur im transgender bereich das ist ja auch als ich war völlig schockiert ich wusste das nicht also da kann ich gleich mal eine werbung machen zu anita vögeli das war das interview zu schoßraum und sie meinte so die größte schönheits operation die wir momentan haben und die immer mehr ansteigt ist das rekreieren beziehungsweise verändern der wohl war und ich so bitte was also ich wusste das nicht das war so krass und wo man einfach merkt wenn wir uns in unserem körper oder in unserer sexualität nicht wohl fühlen dann entsteht da eine industrie raus und stell dir vor und es hat sich so superschön gesagt stell dir vor ab morgen fühlt sich jeder in seinem körper wohl und in seiner sexualität milliarden konzerne würden einfach zusammenbrechen nichts würde mehr funktionieren ob das schönheitsindustrie ist ob das make up industrie ist ob das desus oder sonst irgendwas ist alles das würde alles wegbrechen und ich habe so gedacht man wäre das eine tolle welt wirklich das wäre der hammer ja 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 und es ist schon spannend also die frage ist also die ich mir da immer stelle ist wie viel gebe ich meinem selbst sozusagen keinen raum aber gebe jemand anders die macht über meine wahrnehmung über mich selbst wenn ich mich in spiegel angucke oder sonstiges und sagt ach das ist nicht schön oder das ist nicht schön das will ich ändern und dann geht man vielleicht noch den schritt irgendeiner op oder irgendwas anderem wo man sagt krass also ich gebe ja so viel von mir selbst weg und das finde ich immer sehr sehr spannend sich das anzuschauen aber auch das wäre eine völlig neue eigenständige episode das stimmt ja genau du hattest jetzt schon schön bücher angesprochen die packe ich auch unten in die beschreibung ich finde das immer total wichtig zum thema tantra oder massagen hast du dann noch bücher oder irgendwelche tipps auch online tipps also ich werde natürlich auf jeden fall deine seite und auch den event kalender verlinken weil ich das schön finde es ein super angebot aber gibt es noch irgendwas wo du sagst das ist glaube ich auch noch cool wer sich in diese themen noch ein bisschen einarbeiten möchte ne habe ich jetzt erst mal so konkret also es gibt unendlich viele massage bücher also eine eine quelle der anukan massage ist ja die ganzheitliche massage und da hat jetzt unser lehrer ein sehr schönes buch rausgebracht der andreas preng hat noch mal sein ganzes wissen zusammengefasst weil er jetzt auch aufhört also einfach aus altersgründen ja und das fand ich richtig toll mit tollen fotos so also zum thema massage gibt es wirklich sehr viel da kann ich nicht speziell was empfehlen außer vielleicht diesem buch und zum thema tantra gibt es auch wirklich jede menge das kommt wirklich so drauf an also wenn man da einfach mal das bei google eingibt dann kommt schon irgendwas und da muss man gucken wo es gibt es resonanz so habe ich jetzt auch nicht ein buch aus dem ich gelernt habe weil es eben auch eine erfahrungsmedizin ist also da kann man auch erfahrungen machen mit den verschiedensten lehrern und für jeden gibt es da einen anderen richtigen lehrer ja ist so ja also man muss wirklich schauen was passt also ich würde auch sagen man kann mit einem buch anfangen aber irgendwann darf man den schritt gehen mit was ist wenn ich mir mal ein workshop buche um das auch wirklich einfach als erfahrung zu lernen das ist einfach nochmal das bleibt auch besser hängen als wenn man sich das buch anguckt oder bilder anguckt dass man es ausprobiert aber für manche ist das sozusagen der erste schritt so wie jetzt habe ich schon mal ein buch jetzt habe ich das gesehen jetzt kann ich kann ich kann ich kann ich ein workshop buchen ja sehr schön dann komme ich schon zu meiner letzten frage liebe kathie wie sieht es denn aus was ist denn dein geschenk für diese welt ja mein geschenk ist dass ich diese räume erhalte und das braucht wirklich eine ganze menge kraft und kreativität also auch finanziell das kann man gar nicht das kann man gar nicht von außen so sehen was das manchmal wie anstrengend das manchmal ist das alles zu erhalten dass das alles läuft so gerade in corona zeiten und so da haben wir ganz schön was einsetzen müssen und das ist glaube ich mein hauptgeschenk dass ich dran geblieben bin ausdauern geblieben bin nicht aufgegeben habe und das ist glaube ich auch so ein uralter seelenauftrag von mir gewesen dass ich diesmal diesen tempel erhalte weil er schon so oft zerstört wurde diesmal bleibt er und das anukan zentrum zu erhalten also räumlich die räume zu erhalten damit dort so viel passieren kann ist mein hauptgeschenk dann so ein paar ideen die ich noch habe wie das mit der zirbeldrüse und der sexualität das in die welt zu bringen bewusst zu machen überhaupt räume für bewusstsein also diese beiden sachen spiritualität bewusstsein und sexualität zusammenzubringen ist mein hauptgeschenk da kann ich es auch schon belassen das reicht auch also da hast du schon gut zu tun würde ich mal sagen das ist jetzt nicht das einfachste geschenk was du mit zur welt bringst an aber nichtsdestotrotz sagst du ja schön du hast das durchhaltevermögen und ziehst das durch das finde ich toll ja irgendwie ist mir das mitgegeben dass ich schon immer sehr ausdauernd war und beharrlich ja ach super das finde ich toll dann danke dir für deine zeit und danke dass du alles so schön erklärt hast und uns da einen einblick geben konntest in diese ganzen thematiken die sonst so gerne verschüttet sind oder tabuisiert sind und dass du da so eine klarheit hast und das gut kommunizieren konntest das finde ich sehr sehr schön und sehr sehr wichtig danke dir dafür du sag mal ich danke dir noch ganz doll weil du ja auch schließlich die offenheit hast und selber schon ein stück von dem weg gegangen bist und dadurch auch das so gut begleiten konntest und ich habe mich wirklich bei dir sehr sehr wohl gefühlt danke dir das höre ich sehr gerne das höre ich sehr gerne danke dir